Deutschlandfunk. Kalenderblatt. 12. März 1964. Vor 60 Jahren wurde der DDR-Regimekritiker Robert Havemann aus der SED ausgeschlossen. Ein Beitrag von Markus Heumann. Selbst wenn ich das harmloseste schreiben würde, Kochrezepte vielleicht oder dergleichen, oder kleine Artikelchen über den Regenwurm, nicht mal die würden veröffentlicht werden, weil man beschlossen hat, dass es den Namen Robert Havemann in der DDR nicht gibt. Vom hochdekorierten Vorzeigewissenschaftler, Nationalpreisträger und Volkskammerabgeordneten zur verfemten Unperson. Der Fall des Professors Robert Havemann, Direktor des Instituts für Physikalische Chemie an der Ostberliner Humboldt-Uni, war tief. Zum Verhängnis wurde ihm eine Vorlesungsreihe, die er dort im Wintersemester 1963-64 hielt. Denn hinter deren unverfänglichem Titel, Naturwissenschaftliche Aspekte philosophischer Probleme, verbarg der überzeugte Kommunist und SED-Parteigenosse Havemann eine grundsätzliche Kritik am Sozialismus, wie er in der DDR praktiziert wurde. Menschen kann man viel befehlen und vorschreiben, aber man kann ihnen nicht vorschreiben, was sie denken sollen. Zwei Jahre nach dem Mauerbau stehen die Zeichen in der DDR 1963 auf Reform. Im Frühjahr hatte SED-Chef Walter Ulbricht auf dem sechsten Parteitag das neue ökonomische System der Planung und Leitung, NÖS, verkündet. Erkennend, dass die starre DDR-Planwirtschaft nur mit eigenverantwortlich denkenden Menschen zum Westen aufschließen konnte. Denken ist die erste Bürgerpflicht. Hinter den Parteikulissen aber ist der Kampf zwischen Reformern und Alt-Stalinisten keineswegs entschieden. Und mit seinen Vorlesungen überschreitet Havemann die Grenzen des Sagbaren. Dem Druck der DDR-Führung beugt Havemann sich nicht. Er verteidigt obendrein in westlichen Medien offenherzig seine Positionen. Damit liefert er den Hardlinern in der SED den willkommenen Vorwand für seine Demontage. Am 12. März 1964 entzieht das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen Havemann den Lehrauftrag. Zudem wird er aus der Partei geworfen. Damit treffen ihn bereits zum dritten Mal in seinem Leben politische Sanktionen. Unter den Nazis war er 1943 als kommunistischer Widerstandskämpfer in der Todeszelle gelandet. Nur seine kriegswichtigen Giftgasforschungen retteten ihn vor dem Henker. Nach dem Krieg an das nunmehr in West-Berlin gelegene Dahlemmer Kaiser-Wilhelm-Institut zurückgekehrt, muss Havemann dieses 1950 ein zweites Mal verlassen. Diesmal wegen kommunistischer Agitation gegen die US-amerikanische Wasserstoffbombe. Noch im gleichen Jahr avanciert er an der Ostberliner Humboldt-Uni zum Direktor des Instituts für Physikalische Chemie. Dieses Deutschland, das die Deutsche Demokratische Republik heute ist, ist eben das Land, in dem der Wissenschaftler nicht besorgt zu sein braucht, dass seine wissenschaftlichen Erfolge und Ergebnisse zu antihumanistischen Zwecken missbraucht werden. Havemann im DDR-Rundfunk 1962, zwei Jahre vor seinem jähen Karriereabsturz. Beim 11. Plenum des SED-Zentralkomitees im Dezember 1965, das alle reformerischen Tendenzen endgültig erstickt, konstruiert Parteichef Ulbricht eine Verschwörergruppe, bestehend aus dem Liedermacher Wolf Biermann, dem Schriftsteller Stefan Heim und Havemann. Alle drei eint das Sakrileg, ihre Reformgedanken in westlichen Medien publiziert zu haben. So auch Havemanns Vorlesungsreihe, die unter dem Titel Dialektik ohne Dogma schon im Juni 1964 bei Rowold in Hamburg erschienen war. Besonders ich um den Kreis, Havemann, Heim, Biermann und ich möchte jetzt die weiteren Namen nicht nennen. Aller Leer- und Publikationsmöglichkeiten in der DDR beraubt, lebt Havemann fortan von einer Rente als Verfolgter des Naziregimes in seinem Häuschen in Berlin-Grünheide. Nach dem Protest gegen die Ausbürgerung seines Freundes und Mitstreiters Wolf Biermann 1976 wird er mit Hausarrest belegt und steht jahrelang unter Dauerobservation der Staatssicherheit. Seine politische Rehabilitierung durch die SED im Wendeherbst 1989 hat er nicht mehr erlebt. Er starb 72-jährig im April 1982.